hejo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen video und heute mache ich es endlich ich weiß ich habe im letzten video gesagt ich mache das sobald wie möglich also wollte ich eigentlich ich wollte schon letzte woche machen aber ich habe mich ein bisschen davor gesträubt meine starcoins auszugeben aber heute mache ich es endlich heute kaufe ich mir endlich das skelettpferdchen den ganz wie heißt tom poof ich lese mir das jetzt nicht durch weil ich vrf bin es kostet 950 star coins und ja ich finde es cool ich finde auch die andere form cool die getarnte form sozusagen auch wenn die nicht wirklich getan dann ist aber das sieht cool aus sieht ich finde es cool und da ich sowieso alle urpferde immer habe ist das hier keine ausnahme und ich habe 4.434 star coins im moment gleich 950 star kurz weniger ich bin was da kurz aber ja jetzt wird mir habe ich nichts zu sagen ich kaufe jetzt ich habe keinen namen das wird ich war oh mein gott hmm 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 okay ich habe jetzt den namen ausgesucht ich nenne ihn so dark aura weil das ist zu der erste name der bis eingefallen ist und den ich ganz gut fand und in namen bin ich generell nicht so gut also ja deswegen wird dieser name und ich kaufe mir jetzt glückwunsch mit einem neuen fährt dankeschön 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 meine amstag wieso tut ihr mir das an okay jetzt habe ich noch 3514 ich darf jetzt echt keine pferde mal kaufen das wird knapp stressig okay ich gehe jetzt in meinen heimatstall dann gucken wir uns kurz an okay ich bin jetzt hier ich muss jedes mal schreck ich mich ich muss hier ist meine pferde sortieren wird die ganz schlimm ganz schlimm okay ist es da oben ja da ist es ein zwei kleinen geisterfreund ist auch hier hey what's poppin okay hier ist so viel special mäßiges zu sagen gibt es ja nicht ich weiß ich bin ich bin heute lost ich kann nicht mehr reden egal okay das ist die andere form ich finde die vor mir hat auch mega schön ich mag das schwarz und weiß hier so man sieht hier auch so also man kann es erkennt so die skelett abdrücke kann man das so sagen ich weiß nicht ich finde das voll cool ich finde das die augenfarbe ist auch mega schön das pferd mag ich das ist toll das ist echt cool zum glück bereue ich diesen pferdekauf jetzt nicht weil sonst hätte ich geheult aber ich mag das pferd aber ich mag das pferd das ist toll und jetzt ist meine urpferdesammlung wieder komplett ich weiß nicht ob man so stolz drauf sein kann dass man alle pferde hat aber hey ich bin's because i love the urpferde das war es eigentlich mit dem video mega unspektakulär mega unprofessionell ich bin davon nur lost heute so wie gefühlt immer aber heute ganz schlimm und ja ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben ob ihr dieses bett auch gekauft habt ob ihr es euch noch kaufen werdet lasst euch nicht zu viel zeit weil sonst ist es weg aber ja wahrscheinlich hat es schon jeder von mir gekauft und ich bin so hi ich kauf es mir erst jetzt weil ich dumm bin aber naja was soll man machen und ja dann wünsche ich euch noch einen wundervollen tag und ja morgen ist update oder heute ist dienstag ja morgen ist update morgen geht mit halloween weiter da kommt wahrscheinlich auch ein video und haltet am wochenende die augen offen oder so schaltet benachrichtigungen ein was auch immer denn am samstag ist halloween und halloween und vielleicht kommt da ein special video just saying und ja dann wünsche ich euch noch einen wundervollen tag und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten video wieder tschüssi 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 Untertitelung des ZDF, 2020